360? Nope. Nein. Warte. 360? Nope. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Gustav Devin und heute muss alles schneien gehen. Das wird eine kurze Folge. Ich bin back mit der Ekel-Schmekel-Würstchen-Challenge. Das muss jetzt boom laufen. Wir wollen in die heutige Strafe. Natürlich eine Würstchenstrafe. Und zwar würde ich ein Würstchen aufschneiden. Also so richtig in der Mitte durch. Und so richtig voll tanken mit Zitrone. Einfach drauf damit. So. Die heutige Challenge ist von Trace. Und er sagt, meine Challenge für dich. Et Guatav Gabel. Das klingt richtig südamerikanisch, oder? Guatav, danse tamba mit mir. Klingt das für euch auch so richtig südamerikanisch? Guatav. Guatav hast du das Heroin besorgt. Mach mit dem Ballistik-Messer Dreimal 360-Kill und sieben Kills mit Schuss insgesamt. Also wahrscheinlich zehn Kills insgesamt mit dem Ding. Und dafür müssen drei 360s sein. Ich glaube, das ist relativ schwer. Trace. Ich glaube, das ist relativ schwer. Wir haben hier eine Klasse zusammengestellt. Und wir haben das Ballistik-Messer in Dark Fucking Matter. Es sieht echt geil aus, Mann. Einer der Top-Hits ist wieder dabei mit Free-Six. Free-Six heißt natürlich so, weißt du, so ungefähr eine ganze Umdrehung, würde ich sagen. Ich würde das jetzt auch nicht zu ernst nehmen, wisst du. Ich glaube, ihr wisst, warum ich das sage. Weißt du, wenn ich das zum Beispiel so mache, dann ist es für mich eine ganze Umdrehung. Dann ist... Hallo? Oh, what? Ja, der erste Abschluss direkt mal so in irgendwas irgendwo reinschießen. Alles klar. So, ich werde mich hier jetzt einfach... Nein. Warte. Ich mache trotzdem. Wo ist er? Oh. Oh, wenn ich den bekommen hätte, das wäre so nice gewesen, Mann. Aber ich bin mit dem ersten Abschluss schon mehr als zufrieden. Oh, mein Typ da oben ist gestorben. Das ist perfekt für mich. Ich hätte alle haben können. Da war so viel mehr drin. Da hinten. Oh. Komm schon. Oh. Oh. Na komm, ist mir egal, ey. Dann zählt das doch nicht. Aber ich wollte den jetzt tot haben. Aber ich hätte keinen Bock drauf gehabt. So, hier. Free-Six. Nope. Nein. Warte. Free-Six. Nope. Was? Was? Digga. Wo habe ich denn den zweiten Schuss? Wo ging der hin? Alles klar. Nee, das ist fair. Das läuft richtig gut, Mann. Ich brauche doch Munition. So. Ja, der Typ. Alter, was ist denn das für eine Spielweise, Mann? So, guck mal. Ich lasse dich einfach in Ruhe. Free-Six. Na, scheiße, Mann. Ey, was ist das für ein Spiel? Nein. Ich glaube noch an mich. Ich glaube noch an mich. So, Free-Six. Auf den da. Okay, ich bin tot. Das ist den einen Typen, der eben stand. Und seine Schwebeladung gemacht hat. Und den ich bekommen habe. War so fucking peinlich, Alter. Wah. Wo bin ich? Wo ist der Gegner? Yes. Nice. Ah, schade. Er ist gestorben worden. Aber da hinten ist irgendwo noch einer. Der da. Boom. Was? War das jetzt ein Free-Six? Ich mache zu Sicherheit noch ein Free-Six-D einfach. Damit wir sicherlich drei haben. Oder so, ne? Ähm, der da. Komm. Oh, der war so knapp. Oh. Komm, jetzt so. Free-Six-D auf den da. Oh, nice. So, wir haben die Free-Six-D geschafft. Zack, Junge. Get fucking wrecked. Da will er mich rippen. Und ich... Oh, ich werde gerippt. Mauch. Verdammt nochmal. Oh. So, wir haben zwei normale Kills. Und wir haben drei Free-Six-D. Also brauche ich nur fünf normale Kills. Aber man kann halt nicht alles haben. Da kommt einer. Schade. Da ist er. Wo? Er hat mich erst einfach nicht gefunden. Das war leider kein Kill, weil ich muss ja schießen, ne? Komm schon, dann. Oh, nein, du. Kleine, miese. Ähm, miau, miau. Okay, immer noch fünf Kills, ne? Oder waren es vier? Ich weiß schon nicht mehr. Oh. Der auf mich gezielt hat. Ach, come on, Mann. Äh, wo bin ich hin? Äh, wo muss ich hin? Nicht, wo bin ich hin? Wo ist der andere? Da ist er. Oh, wenn ich den noch getroffen hätte. Ich bin unfassbar schlecht im Zählen gerade. Aber ich muss noch fünf Kills machen, ja. Da oben ist einer rein. Nein. Nein. Das ist so schwer, ne? Nein. Es ist so schwer, wenn die sich bewegen. Du kannst einfach nicht berechnen, wohin. Diese, das Projektiv fliegt einfach unfassbar langsam. Und auch noch mit diesem komischen Bogen, ey. Holy Crap. Das ist schwer. Oh, er wurde gestorben. Ich habe keine Munition mehr. Hilf mir. Scheiße. Komm. Oh, da war der Hund. Wir siehst einfach hinterher. So, noch vier Stück. Wir können das schaffen, Mann. Wir können... Oh, der war nice. Komm schon. Nein. Er ist gestorben worden. Nein. Komm schon. Meiner. Yes. Yes. Nice, Mann. So, was haben wir jetzt noch? Sind das noch drei? Scheiße, ich habe schon wieder nicht mitgezählt, Mann. Was ist los mit mir? Nein. Bitte nicht. Ich glaube, es sind noch drei Stück. Oh, nein. Wie soll ich denn jetzt noch drei Stück kriegen? Yes. Noch zwei. Oh, Mann. Hier drin ist 100 pro einer. Komm schon. Den muss ich kriegen. Das ist mein Typ. Das ist mein Boy. Nein, Mann. Das ist doch mein Boy. Noch zwei Stück. Und es sind noch vier Stück übrig. Nein. Nein. Noch drei. Wie habe ich die ein... Ja, der ist gerade. Ich komme schon aus. Ich bin streckt tot, ey. Fair. Fuck. Da habe ich es wohl offiziell nicht geschafft. Och, Mau. Schade, Mann, ey. Elf Kills. Aber ich habe... War das nur um eins verfehlt vielleicht? Ich glaube, ich habe nur um eins verfehlt, ne? Ich hatte sogar neun. Genau, weil ich hatte zweimal hier mit Nahkampf, glaube ich, getötet. So, ich hole mal alles dazu, was dazu gehört. Ich mache die Dinger warm. Das gehört nämlich dazu. Und dann kommt das da rein, ne? So, ich habe mir jetzt ein Würstchen hier rausgesucht aus dem Topf. Und da werden wir jetzt unser Bestes draus machen. Das Ekelhafteste draus zu machen. So, ich werde jetzt das Ding hier mal in der Mitte aufschneiden. Das war ein Geräusch, mit dem ich nicht gerechnet habe. So, und jetzt zur Hauptzutat. Wollen wir mal sehen. Hoffentlich seht ihr das. Wenn ich das so mache. Ich denke mal, ne? Oh, ja. Mhm. That's my shit. Oh mein Gott. Da drin ist schon ne Pfütze. Ach du Scheiße. Da drin ist ne Pfütze. Mhh. Mhh. So. Also, wir haben jetzt hier drin ne Pfütze mit. Oh Gott. Es kommt so richtig hoch, wenn man so zudringt. Ich pfeife mir das jetzt einfach rein. Dafür habe ich das natürlich wieder hochgeholt. Na? Es ist so sauer. Oh mein ganzer Mund zieht sich zusammen. Es läuft mir den Fingern runter, das ist zu viel. Oh, ist das sauer. Aber ganz am Mund, ey. Geile Strafe, Mann. Das war richtig fies, aber man muss nicht davon brechen. Das war einfach nur so richtig... Geil, Mann. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr eure Challenge sehen wollt und vielleicht ein bisschen Ahnung habt, was ihr schon gemacht habt, dann schreibt sie gerne unten drunter. Vielleicht habt ihr eine coole Sache, die ich gerne mache. Dann sehen wir uns vielleicht nächsten Mittwoch selber wieder mit einer Strafe, äh, mit einer Challenge von euch. Die Strafen wähle ich, meine Freunde. Da gibt's keine Diskussion. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute und ich werde jetzt den Rest der Würstchen lecker essen. Habe ich irgendwie Bock drauf heute? Nice. Goodbye, my friends. I wish you the very best. Meine YouTube, ähm, Frau, Kollegin, Ansprechpartnerin, so, die hat mir gesagt, ich solle euch auf alte Videos verweisen. Und, äh, da habe ich natürlich gesagt, so, äh, 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 Freund. So geht das natürlich nicht, ne? So, ich kann ja jetzt nicht einfach, äh, so zwischendurch sagen, so, äh, guckt andere Videos, weil da schalten die Leute ja weg, ne, auch. Und dann, aber die meinte, das würde dir echt helfen. Und ich dachte so, ja, keine Ahnung, Mann. Ich meine, ich kann ja nix dagegen sagen, dass die, ähm, Videos weiter von mir gucken. Da sag ich ja nix, ne? Also wenn ihr Bock habt, äh, ich habe am Ende immer so zwei, ähm, die Videos davor quasi. Grundsätzlich immer ein Video, was davor lief und das von der letzten, also von der Serie, das letzte davon. So, das habe ich meistens so geordnet. Und, ähm, ja, so. Es gibt natürlich auch eine Playlist, keine Ahnung, was irgendjemand interessiert. Hey, schaut gerade irgendjemanden zu? Hallo? Hallo? Das ist alles nur Spaß. Macht, was ihr wollt. Ähm, ist eure Entscheidung, wisse. Ob ihr, ob ihr weitere Folgen gucken wollt oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, komm, ich komme mir dann immer so komisch vor, ey. Deshalb machen wir's ja bald und dann ist alles gut, ne? Ciao!